Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es alle aktuell günstigen Lootball-Codes. Bis gleich nach dem Intro. Checkt doch gerne meine Fortnite-Montage von gestern ab. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben. Auf jeden Fall mein letztes Video, wenn dieses Video jetzt onkommt, mein vorletztes Video. Ihr könnt gerne die Montage abchecken. Ich wollte mich noch für 1180 Abonnenten bedanken. Vielen Dank dafür. Gerade haben wir die 1000 Abonnenten erreicht. Jetzt schon 1180 Abonnenten. Vielen, vielen Dank, dass es in letzter Zeit so schnell geht. Bin ich sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Außerdem wird bald noch das Abo-Special kommen. Dann würde ich sagen, los geht's mit dem eigentlichen Video. iOS-Nutzer müssen alle Codes über die Webseite einlösen. Ich mache hier alles über den PC auf Windows. Da ist es gar kein Problem, weil es da auch über die Webseite geht. Aber auf Android könnt ihr alles bequem über die App machen. Ja, bevor wir mit dem Video starten, würde ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Loot-Boy-Code-Videos zu verpassen. Denn ich mache regelmäßig Loot-Boy-Code-Videos, wenn ein neuer Code rauskommt. Heute gibt es alle, die aktuell sind. Außerdem habe ich einen eigenen Discord-Server, wo ich immer alle Loot-Boy-Codes reinschreibe, falls sie neu rauskommen. Hier ist der Discord-Server. Hier könnt ihr meinem Discord-Server beitreten. Ihr müsst euch jedoch verifizieren, also die Regeln durchlesen dann und verifizieren, indem ihr auf den grünen Haken drückt. Und dann könnt ihr den Discord-Server joinen und alle aktuellen Loot-Boy-Codes hier unter dem Channel Loot-Boy-Codes einsehen. Fangen wir mit dem aktuellen Comic-Code an, der auch im letzten Video zu sehen war. Der heißt FCKTRMP. Das ist der aktuelle Comic-Code, aber ich habe ihn bereits eingelöst. Der neue Diamanten-Code von gestern Abend heißt E-Sport 5. Aktuell ist noch PL21 außerdem gültig, genauso wie New Code. Die Standard-Codes sind wie gesagt WelcomeGG, Discord500 und Welcome500. Nicht mehr gültig ist Lichtstein21, GS5, TOTY21, Yer5, DR1, PPY und ROG5. Das ist nicht mehr gültig. Also joint jetzt gerne meinem Discord-Server. Nächster Link in der Beschreibung. Das war es mit dem kurzen Loot-Boy-Code-Video. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.